Wie in den meisten Branchen gibt es auch in der Finanzwelt spezifische Vokabeln oder Fachbegriffe, die erklärungsbedürftig sind und auch häufig falsch verwendet werden. Damit du beim nächsten Mal mitreden kannst und falsche Aussagen direkt aufdecken kannst, werfen wir heute einen Blick auf die Familie der Lebensversicherungen. Ich erlebe das jede Woche, dass die Begriffe Lebensversicherung, Rentenversicherung, Risikolebensversicherung synonym verwendet werden, verwechselt werden oder völlig falsch benutzt werden. Das führt dann zu Irritationen und falschen Annahmen. Nach diesem Video kannst du die Begriffe genau unterscheiden. Also ganz viel Spaß! Das Wichtigste zuerst, Lebensversicherung ist ein Sammelbegriff für Versicherungen, die biometrische Risiken absichern, also beispielsweise den Tod, Invalidität oder Langlebigkeit. Häufig höre ich im Alltag die Aussage, eine Lebensversicherung lohne sich doch gar nicht mehr. Diese pauschale Aussage ist falsch. Jetzt kommt es nämlich genau darauf an, über welches genaue Produkt der Lebensversicherung wir sprechen. Gemeint ist hier häufig die kapitalbildende Lebensversicherung, also eine Mischung aus Todesfallabsicherung und Ansparen. Die Funktionsweise ist wie folgt. Du hast einen Vertrag, in dem du beispielsweise festgelegt hast, dass Erben im Fall deines Todes 50.000 Euro gezahlt bekommen. Hierfür zahlst du einen entsprechenden Beitrag. Nehmen wir einmal an 100 Euro. Dieser Beitrag entfällt aber nicht ausschließlich auf die Absicherung des Risikos. In diesem Beispiel wären das vielleicht so 15 bis 20 Euro. Die Differenz wird zusätzlich noch in einen Spartopf gepackt, den du nach einer festgelegten Laufzeit, diese bestimmst du zu Beginn des Vertrages, ausgezahlt bekommst. Das bedeutet, es wird in jedem Fall eine Auszahlung erfolgen, entweder wenn du verstirbst oder aber zum Ende des Vertrages das entsprechende Kapital. Das Problem ist nur, dass die Verzinsung bei einem solchen Vertrag unglaublich schlecht ist und sich nicht lohnt. Eine kapitalbildende Lebensversicherung solltest du also nicht abschließen. Das lohnt sich nicht. Einverstanden. Eine Rentenversicherung hingegen gehört auch zur Gruppe der Lebensversicherungen. Ist aber etwas komplett anderes. Ein moderner Rentenvertrag ist eine Kapitalanlage, der dein Geld in Investmentfonds investiert und am Ende sicherstellt, dass du aus diesem Vertrag eine lebenslange monatliche Rente bekommst, selbst wenn dein eigenes Geld bereits aufgebraucht ist. Das ist unglaublich wichtig, dass du bis zu deinem Lebensende auch sicherstellen kannst, ein monatliches Einkommen zu haben. Ein Vertrag mit der richtigen Ausgestaltung ist also absolut sinnvoll und essentiell. Anders als bei einer Rentenversicherung wird bei einer Risiko-Lebensversicherung kein Kapital angespart, sondern es wird lediglich ein Risiko abgesichert, nämlich der Todesfall. Bei der Vertragsgestaltung bestimmst du eine Versicherungssumme, beispielsweise 150.000 Euro, und eine Laufzeit, beispielsweise das 60. Lebensjahr. Tritt nun der Todesfall ein, wird eine Versicherungssumme an deine Erben ausgezahlt, fertig. Ein solcher Vertrag wird häufig genutzt, um eine Immobilienfinanzierung abzusichern oder Kinder abzusichern beim Tod eines Elternteils. In der individuellen Situation kann also ein solcher Vertrag durchaus sinnvoll sein. Eine kleine Ergänzung noch, auch eine Dread Disease Absicherung, eine Berufsunfähigkeitsrente und eine Grundfähigkeitenrente gehören zur Gruppe der Lebensversicherungen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dieses Video hilfreich für dich war, dann lass mir gerne noch einen Daumen nach oben da. Wenn du darüber hinaus offen bist für Impulse rund um das Thema Finanzen, dann folge mir auf Instagram. Lass diesem Kanal hier ein Abo da. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.